Das wird das letzte Album von Capital Bra. In seiner Prime-Zeit hat der Rapper für unglaublich viele Hits gesorgt. Und wenn er ein Release angekündigt hat, haben andere Rapper doppelt und dreifach überlegt, ob sie auch am selben Tag releasen wollen. Ohne Zweifel, er war der Rapper mit dem größten Hype. Doch dann der Bruch bei Team Kuckoo und es folgt eine turbulente Zeit bei Erstguter Junge, die schnell endet. Eventuell hat ihm diese Zeit nicht gut getan, denn die Fans bemerken schnell eine Veränderung. Die Songs haben diesen gewissen Touch von Kappi nicht mehr gehabt. Teilweise eine komplette Typveränderung, die dazu geführt hat, dass die Fans sich von ihm distanzieren. Weniger Hits, die im Kopf bleiben, so wie früher. Der Aufschrei war groß. Die Fans fordern den alten Kappi, die alten Songs. Nun könnte das wieder passieren, denn der Berliner Rapper plant das letzte persönliche Album namens Vladislav. Danach könnte er zurück zu seinen Wurzeln kehren. Eventuell möchte er mit dem Album ein für alle Mal mit all den Problemen, die er hat, abrechnen. Und wir sollen Teil davon sein. Seid ihr dafür schon bereit? Und wer ein Stückél hat? Die Daten Push, die